Bei KEVOX haben wir die Vision, eine Welt zu schaffen, in der Menschen jederzeit sicher sind. Gemeinsam streben wir danach, weltweit führend in der Entwicklung von Softwarelösungen zu sein, die die Dokumentation im Brandschutz, in der Arbeitssicherheit und im Facility Management revolutionieren. An unserem Standort in Bochum bieten wir spannende Jobmöglichkeiten in einer zukunftssicheren Branche. Bei uns kann sich jedes Teammitglied mit seinen individuellen Fähigkeiten einbringen und mit seiner Arbeit sofort einen Effekt erzielen. Bei KEVOX arbeiten wir jeden Tag gemeinsam an unserer Mission, die Welt durch Digitalisierung sicherer zu machen. Unsere Unternehmenskultur ist hauptsächlich geprägt von unseren Werten, Leidenschaft, Teamplay, Respekt, Verantwortung, Evolution. Ich habe mich damals für eine Karriere bei KEVOX entschieden, weil ich das Team von Anfang an super sympathisch fand und großes Interesse hatte, mehr im Bereich Vertrieb zu lernen. Tatsächlich waren die Bewerbungsgespräche einfach sehr, sehr überzeugend. Die Aufgabenfelder, die mir dargelegt wurden, haben einfach perfekt zu dem gematcht, was ich mir so vorgestellt habe. Ich habe ein Instagram-Video gesehen und dachte mir, sieht interessant aus. Image gefällt mir. Da dachte ich, bewerbe ich mich mal. Wir ergänzen uns im Team hier sehr gut. Das heißt, jeder kann seine Stärken einbringen, sodass wir am Ende immer ein super Ergebnis liefern können. Also ich schätze am meisten an meinen Kollegen bei KEVOX, dass wir uns hier einfach alle super verstehen, dass wir hier einfach ganz locker und offen miteinander umgehen, dass man auch mal Lust hat, zum Beispiel in der Mittagspause zusammen essen zu gehen oder vielleicht einen Pausen-Spaziergang zu machen. Ich habe mich damals für KEVOX entschieden in meiner Bewerbungsphase, weil ich gesehen habe, dass KEVOX ein familiengeführtes Unternehmen ist. Es ist in Bochum, wir sitzen in der 16. Etage, was natürlich auch noch so ein kleiner Pluspunkt ist, wenn man hier aus dem Fenster rausschaut. Wir haben eine super Aussicht. Mein Onboarding, es war sehr strukturiert. Ich habe einen Stundenplan bekommen für die ersten Wochen. Theorie und Praxis, alles war dabei und ich war ganz begeistert. Viel Feedback, viel Information und hat mir sehr gut gefallen. Alle Kollegen sind füreinander da und unterstützen sich gegenseitig und das finde ich natürlich sehr schön, wenn man einfach zur Arbeit kommt und direkt freundliche, fröhliche Gesichter dabei hat. Bei uns wird jedoch nicht nur gearbeitet. Auf unseren Team-Events challengen wir uns gerne gegenseitig bei sportlichen Aktivitäten und lassen den Tag mit einem gemeinsamen Essen ausklingen. Ich würde sagen, wenn man Bock auf ein dynamisches Team hat und gerne Verantwortung übernimmt, dann ist man hier genau richtig. Hier wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass man sich wohlfühlt und die Arbeit Spaß macht und ich glaube, das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Cut! Mic drop! Du! Du! Du!